Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde und Freundinnen der Sonne. Ich habe immer so gedenkt, ich mache hier mal so einen Karton auf, ne? Ja, Amazon Prime, auch der Henner hat Amazon Prime. Und ja, eben mal wieder Radio MFH gehört, ist ja hier Hessens Radiosender, Radio MFH. Ja, Selfie, 9.000 Euro im Checkpoint, 9.000. Henner hat vier Selfies reingeschickt in drei Wochen schon. Was passiert? Ich komme nicht voran. Wieder jetzt, nur immer Gruppen und Blondinen, die werden immer gezogen. Und 9.000 Euro, Alter, ich schöne mal ein Wandersgeschenk mir kaufen können, oder? Für 9.000 Euro. Oder im Urlaub fahren können, oder so. Leute! So, jetzt mache ich hier einmal, ich habe hier ein Messer. Ich habe ein Messer. Das ist, ähm, wie soll ich sagen, ähm, das habe ich mir gekauft, nachts um zwei. Das ist Heri Blackstone Messer. Kennt ihr sowas? Könnt ihr mal googeln. Heri Blackstone habe ich ein Messerblock gekauft, beim Telemedienshop um zwei Uhr nachts. Da gab es einen Messerblock sogar umsonst dabei, wenn man bis, wenn man innerhalb von einer halben Stunde anruft. So, jetzt rufe ich das gut, das mache ich einmal hier. Oh, 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 Unboxing. Ich wollte einfach nur mal ein Unboxing-Video machen. Ist auch, ist Technik, ne? Ist auch Technik drin, aber, aber, Das ist was für ein Gaumen, ist was für ein Gaumen. Leute, guckt euch das mal an. Ey, guckt euch das mal an. Das ist ein Raclette von Sepharin. Schirmqualität seit 1882. Da haben sie gerade mal Strom erfunden. Nein. Raclette Partygrill, acht Pfannen und eine Steinplatte drauf. Man kann sogar vier kleine Krebs machen. Cool, ne? Also, das ist für Silvester, Leute. Für Silvester. Was macht ihr eigentlich Silvester? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr Silvester so treibt. Mit wem oder mit irgendwem oder nicht treibt oder halt untereinander treibt oder halt was überhaupt genau treibt. Zusammen. Mit Leuten, so, ne? Ja, Mann, das ist aber ganz schön. Jetzt kann ich dieses Video gar nicht monetisieren, oder? Also, das ist so viel Gewalt gewesen jetzt, oder? Kann sein, ne? Oh, Radio FFH, Mensch. 9000 Euro. Ich hoffe, die rufen nicht an, ey. Da gibt es 10.000. Guck dir mal an, ja. Ja, Mann, das ist scharf wie Sau. Also. Raclette. Ist jetzt da? Da ist der Silvester gesichert, oder? Ciao.